Ich sage euch, Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Die Berichte meiner Kundschafter sehen da anders aus. Jeden Tag schließen sich ihm mehr an. Rifton, Dämmerstern und Winterfeste stehen hinter ihm. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Nennt es wie ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl Balgruuf. Balgruuf verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfrics Anspruch anzuerkennen. Wenn er den Schutz des Kaiserreichs nicht will, in Ordnung. Soll Ulfric seine Stadt plündern. General? Ihr und eure verdammten Jarl. Ja. Man kann einen Nord nicht zwingen, Hilfe anzunehmen, um die er nicht gebeten hat. Falls Ulfric es bei Weißlauf versucht, müssen wir dort sein, um ihn aufzuhalten. Setzt einen weiteren Brief mit den üblichen Plattitüden auf. Aber bringt diesmal ein paar eurer Informationen zu Ulfrics Plänen darin unter. Schmückt das Ganze etwas aus, wenn ihr müsst. Wir lassen es so aussehen, als wäre es seine Idee. Jawohl, Sir. Ihr Nord und euer verdammtes Ehrgefühl. Sir. Ja, ja. Wenn Weißlauf fällt, dann hat Ulfric den wichtigsten... Habt ihr eine Meldung für mich? Die sehen Weißlauf auch als kaiserlich an. Würde mich nicht wundern, wenn die Sturmmittel das auch als kaiserlich ansehen. Ähm. Hä? Hä? Wir können uns nicht auf solche Schlagabtausche mit den Rebellen einlassen. Das festigt nur ihre Entschlossenheit. Ich nehme eure Besorgnis hiermit zur Kenntnis, Legat. Allerdings ist sie unbegründet. Ich versichere euch, dass dieser Konflikt innerhalb von sechs Monaten vorbei ist. Moment. Mondas sind ein achter Herzfeuer. Okay. Das kostet Leben. Sowohl die von kaiserlichen Loyalisten, als auch die von Bürgern Himmelsrans. Und das bringt den Rebellen Unterstützung, die sie so noch nie hatten. Denkt ihr, ich weiß das nicht? Aber diese Befehle kommen direkt aus Syrodiil. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Und die rebellischen Jarl in ihre Schranken verweisen, bevor wir es mit einem ausgewachsenen Krieg zu tun haben. Ihr seid nicht der Meinung, dass das bereits ein Krieg ist? Sir, ich. Vielen Dank, Legat. Ich werde euch zukünftig wissen lassen, wenn eure Meinung gefragt ist. Sir? Er ist Taktiker. Er denkt's gerne. Er hält mich irgendwie an Julius Caesar. Wer seid ihr denn? Bleibt auf der Hut. Die Rebellen vergessen gern, dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Mhm. Legat, Rieke. Habt ihr euch verlaufen? Also gut. Lassen meine Männer jetzt jeden durch, der in das Schloss hinein spazieren will? Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr hier seid, Bürger? Ich wollte mal sehen, wer wirklich Einsamkeit regiert. Ich glaube, wir kennen uns schon. Ich war in Helgen. Ich glaube, wir kennen uns schon. Ach ja? Ja. Oh, natürlich. Der erinnert sich? Ich kenne euch aus Helgen. Einer der Gefangenen, wenn ich mich recht entsinne. Ich wurde freigelassen. Ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier um für das... Was? Nein! Ihr könnt wegtreten. Ich wollte nur mal mit ihm reden. Gern nicht etwas für euch tun? Euch vielleicht zum nächsten Gefängnis begleiten? Hm. Ach ja. Fuss! Schnell. Ich werde schon genug von Politikern aufgehalten. Tschüss. Damit ist die Sache klar. Kaiserreich, wird sich nicht angeschlossen. Der will mich also immer noch... Also er will mich nicht mal anhören. Nein. Also... Ja, gut. Ah. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel, 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 ruckel. Wieso ruckelt das so? Ich habe Arbeit für euch, falls ihr interessiert seid. So. Äh, war hier nicht noch irgendwo eine... Alter, das ruckelt so extrem hier auch. Ich weiß gar nicht, wieso das so extrem ruckelt. Sind das die NPCs? Wahrscheinlich, ne? Das sind wahrscheinlich die NPCs. Ja, hier läuft's flüssiger. Das sind die NPCs. Hier läuft's... Wow. Das sind wirklich die NPCs, ne? Also glaube ich. So. Lass mal ganz kurz gucken. Der will mich also immer noch ins Gefängnis stecken. Also er erinnert sich an mich, aber will mich ins Gefängnis stecken. Es sei denn, ich schließe mich der kaiserlichen Armee an. Weil es das gleiche ist. Im Grunde. So wird das ja in Amerika zum Beispiel auch gehandelt. Wenn da... Da wird, äh... Kriminellen manchmal angeboten, sich einfach der Armee anzuschließen. Also der US Army beizutreten. Tja. Konskription nennt man sowas. Bin ich auch kein Fan von. Interessant aber, dass er mich einfach gehen lässt. Gut. Ich mein, da gab's kein... Ich geh da mal... Keine... Ich geh da mal Option. Sondern es war einfach nur... Naja. Egal. So. Ihr da, redet mit Aya, Brüder. Deja hat keine Worte für euch. Da ist sie. Naja. Hier gerade. So. Ihr. Äh, ich muss mit euch reden. Komm mal ein bisschen näher ran. Ist wieder... Ja. Na. Entschuldigt. Ich war in Gedanken versunken. Ich plane meine Hochzeit, wisst ihr? Es gibt so vieles zu bedenken. Ach so. Manche behaupten, ich hätte diese Stelle nur erhalten, weil ich die Cousine des Kaisers bin. Was? Unsinn. Dieser Mann hat mir nichts geschenkt. Er kommt ja noch nicht einmal zu meiner Hochzeit. Was? Was? Sie ist die Cousine des Kaisers, sitzt hier einfach so. An den Docks und was? Okay. Evette Zahn hat mich gebeten, nach ihren Gewürz... Nach ihrer Gewürzliberung zu sehen. Ach ja. Wenn sie den Zoll von 2000 Goldstücken entrichten möchte, wäre alles geregelt. Warte, was? Äh, Evette kann sich keine Zeuge blöden leisten. Sie kann sich kaum ihren Stand leisten. Ich bin mir sicher, dass wir uns einigen können zu 172 Goldstücke. Hahaha. Ich schätze, ich kann eine Ausnahme machen. Ich mag ihren Würzwein sehr. Na schön. Richtet Evette Zahn aus, dass ihre Lieferung in Kürze nach Einsamkeit gebracht werden wird. Das war... 2000... Deswegen hat die mich geschickt. Die wollte, dass ich ihre... Was für eine blöde Kuh. Die wollte, dass ich ihre Zollgebühren zahle. Was ist denn das hier? Aha, die Balliste. Hm. Wenigstens ist es gut verteidigt. Ihr habt kein Wissen darüber, mit wem ihr sprecht. Geht weg. Wer seid ihr denn? Wir wollten Messer. Wollt ihr sie in euren Bauch? Nein? Dann hört auf, mit Deja zu reden. Wie ist ihr denn? Was ist das denn? Fuh, mein Lust. Oh, bäh. Bäh, achso. Händler. Hallo. Braucht du? Ja. Dämmerstern Wintel. Auch schon gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Äh? 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 Also das ist ja nicht mal ein Dock. Das ist gut belebt. Dass die keine Angst haben, dass das hier tief genug ist, dass die Langboote hier anlegen können, überrascht mich da doch schon ein bisschen. So. Was steht da? Wir wollten Messer? Wollt ihr siehst? Empire Company? Ach so. Dann hört auf, mit Deja zu reden. Dann macht das Sinn, dass die Cousine des Kaisers darin liegt. Das ist die quasi East India Company von Skyrim. Von Elder Scrolls. Aber eben East Empire Company. Ja, ja. Die wichtigste Handelskompanie in ganz Tamriel. So, wo müssen wir hin? Ja, natürlich können wir erstmal zurück. Aber das können wir auch später machen. Clearout Wolfskopfhöhle, Wolfsschädelhöhle und Kiefernmondhöhle. Boah, boah, boah. Kein Problem. Huch. Äh, 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 äh. So. So. Was ich auch noch machen wollte, war mit den Sturmmitteln da unten reden. Wie komme ich denn da hin am besten? Mal Karte gucken. Äh, äh. Also da ist ja sowieso diese Kreuzung. Da muss ich ja sowieso hoch. Also kann ich auch ganz kurz, okay, ein bisschen weiter vor und dann runter. Hier runter? War das, war das hier? Ich glaube. So nah vor der Hauptstadt. Das ist schon irgendwie krass. Dass das noch niemandem aufgefallen ist. Wenn ihr wahre Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmantell erwartet sie. Ja, das sind definitiv die, die, die Menschen, die die Framerates zum Einbrüchen bringen. Kämpft wacker oder sterbt. Haltet die Augen offen. Achso, das war's schon. Himmelsrand ist die Geburtsstätte der Menschheit. Die Geburtsstätte der Ehre. Und diese schneebuckligen Kaiserlichen haben sich von beidem losgesagt. Als sie vor den Talben... Jojo! Meine Rede. Ich werde ganz allein gegen die gesamte Armee antreten. Also ich sage ja nicht, dass Krieg der richtige Weg ist, aber ich kann es absolut verstehen, dass man keinen Bock hat. Ich kann es kaum erwarten, noch so einen Kaiserlichen zu töten. Das ist ein bisschen. Aber ich kann es verstehen, dass man da rebelliert. Sagt, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ich kann es nachvollziehen. Beide Seiten kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber absolut nachvollziehen sogar. Nur mag ich das Kaiserreich weniger. Weil die... Ja. Weiß nicht. Na gut, ich meine, Julius würde wahrscheinlich sagen, das war notwendig, sich den Talmord zu ergeben. Vielleicht hat er damit recht. Wichtige Lieferungen zu erledigen. Keine Zeit für Geflauder. Ihr habt mich angesprochen. Das ist was Rache hier. So. Ja, kaiserliche Soldaten. Eine kleine Patrouille. Wurdet ihr ausgesagt, um euch um die Wolfsschädelhöhle zu kümmern? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß. Ja, wie man merkt, die Wolfsschädelhöhle, das sind nur Tiere. Das sind nur Tiere, das interessiert keinen. Interessanterweise hat er aber Tullius Soldaten hierhin geschickt oder so. Das heißt, es ist einfach nur... Es ist wahrscheinlich einfach nur eine Patrouille, die jetzt zufällig vorbeikommt, ne? Ja, ja, es sind nur Tiere, wie man merkt. Das, äh, ja. Sind nur Tiere. Untote. Da kann ich ja mal... Warte. Ich hätte beim Schmied was verkaufen sollen, aber ich bin so... Beziehungsweise ich hätte den Karren nach Ding nehmen sollen. Ich hätte den Karren nach Weißlauf nehmen sollen, meine Sachen einlagern und dann wieder zurück nach Einsamkeit fahren. Das ist ein bisschen blöd, ne? Aber... Naja. Eine Streitachse. Interessant. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Ich habe gerade gedacht, er wäre ein Stolperdraht. Spitzackel, Wein. Ohne läuft wer. Ein Untoter. Ein Drauger. Tja. So, wie zum Schleichen. Alter! Noch ein Drauger. Hallo! Warte mal, ganz, ganz... Also, ich habe gerade geschaut, ja. Egal. Alter! Der haut rein. Ich brauche ein... Ich brauche ein Schild. Äh, da. Und halt dran. Ja, komm. Den Frostzauber kannst du sowieso nichts machen. Ich bin Nord. Nee, jetzt zieht mir das Ausdauer. Die Explosion zieht mir mehr ab, als der Schlag von dem. Obwohl, das stimmt so eigentlich auch nicht. Aber dennoch. Was ist da runter? Wie komme ich wieder hoch? Hm. Ökoalko, kommen wir uns später drum. Äh, was? Wolfskönigin, höre unseren Ruf und erwache. Wir rufen euch herbei, Potema. Bitte? Hallo, Jube. Wir rufen euch herbei, Potema. Lange schliefst ihr den traumlosen Schlaf des Todes, Potema. Doch jetzt nicht mehr. Hört uns, Wolfskönigin. Wir rufen euch herbei. Wir rufen euch herbei, Potema. Ja, vielleicht sollte ich was dagegen unternehmen. Ich weiß zwar nicht, wer die Wolfskönigin ist und wer Potema ist, aber... Wo ist das? Ich könnte darauf wenden, dass das nicht besonders nett ist. Wie auch immer das ist. Also wenn Totenbeschwörer jemanden versuchen zu erwecken, dann ist es meistens keine gute Idee, sie gewähren zu lassen. Ja, vielleicht wäre das eine gute Idee, dass es möglich ist. Giftrezept Furcht, aha, Namiras Fäulnis und blauer Libellenflügel, interessant, nehme ich mit. Ach, da hoch. Wie du siehst, sehe ich es nicht. Wumisch, wie du siehst, sehe ich es nicht, sehe ich es nicht mit ihr oder? Ich bin irgendwie so langsam. Äh, wer kämpft dagegen wen? Also irgendwie... Hä? Ich habe die Quest erfolgreich abgeschlossen, was zur Hölle? Ach sooo. Moment, warte. Wieso? Ach, die haben Angst. Ja, klar. Aber... Egal. Nicht hinterfragen, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Euch habe ich nicht getötet. Was? Wieso sind die... Die wurden vom Trauger getötet. Wieso wurden die vom Trauger getötet? Und das ist hier jetzt irgendwie was gewesen, das runtergefallen? Ich habe da ein Buch. Hm. Ich habe mir die Explosion runtergefallen. Muss ich nochmal runtergehen. Also, das ist, ähm... Sauberbruch Hellenmut. Das Ziel wird vor 60 Sekunden nicht fliehen und erhält einen kleinen Bonus auf Gesundheit und Ausdauer. Saubertrankrezept Unsichtbarkeit mit Notfall der Flügel und Chauchoseier. Bleh. Richtig ekelhaft. Wo ist das Buch? Das war... Also, das war... Komisch. Aber gut, das ist... Skyrim, da passieren manchmal so komische Sachen. Und man weiß gar nicht, was da passiert ist. Irgendwie hat sich der Trauger wohl gegen seinen Meister ver... Oh, Mondzucker. Anfälligkeit für Feuer. Yay. Hat sich wohl der Trauger gegen seinen Meister gewandt. Aus... Irgendem... Grund. Hm. Die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge. Von Geros Albre. Der Geruch von... Der Geruch von... Nee. Der Geruch. Das ist ein Tee. Oder ist es ein... Nee, das ist ein Tee. Oder ein G. Der Geruch? Sollte ein D sein. Nee, ist wahrscheinlich ein Tee aus dem englischen Original. Mal nicht übernommen. Äh... Nicht übersetzt. Also... The smell. Ja, wahrscheinlich... Der Geruch der Bucht sich... durch die Steine des Kellers. Salz und breckige Verwesung. Der Keller hatte auch einige eigene Gerüche nach altem Wein, der sich in Essig verwandelt hatte. Schimmel und den exotischeren Düften der Kräuter, die die Heiler mitgebracht hatten, um die Verwundeten zu besorgen. Mehr als 50 Menschen hatten sich in den großen Erdkeller gedrängt, einen längst vergessenen Lagerraum für das Freudenhaus darüber. Das Stöhnen und Wimmern hatte für den Augenblick aufgehört und alles war still, als sei das Krankenhaus zum Massengrab geworden. Mutter, flüsterte ein Rotor Donjunge, was war das? Die Mutter wollte dem Sohn gerade antworten, als von draußen ein weiteres rollendes Donnern zu hören war. Das lauter und lauter wurde, als ob eine riesige, aber körperlose Bestie in den Keller eingedrungen wäre. Die Wände bebten und vor den Decken rieselten Staubwolken. Im Gegensatz zum letzten Mal schrie niemand auf. Alle warteten, bis der unheimliche, quälende Klang vorbeigezogen war und durch das gedämpfte Grollen des entfernten Gefechts ersetzt wurde. Ein verwundeter Soldat begann Maras Gebet für die, die im Untergang geweihten, zu flüstern. »Mankar«, zischte eine Bosmefrau, die sich auf einem Feldbett zusammengerollt hatte. Ihre Augen waren fiebrig, ihre Haut war blass und sie war nass vor Schweiß. »Er kommt!« »Wer kommt?« fragte der Junge und klammerte sich an den Rock seiner Mutter. »Was glaubst du wohl, Söhnchen?« »Der Zuckerbäcker?« »Knurrte ein grauhaariger...« »Achso, was glaubst du wohl, Söhnchen?« »Der Zuckerbäcker?« »Knurrte ein grauhaariger, einarmiger Rotwardone.« »Der Kamorathronräuber, natürlich!« Die Mutter des Jungen warf dem älteren Krieger einen wütenden Blick zu. »Sie weiß ja nicht, was sie da sagt. Sie ist krank.« Der Junge nickte. Seine Mutter hatte meistens recht. Er war noch nicht einmal geboren, als die Leute zum Munkel begannen, dass der Kamorathronräuber sich ihrem kleinen Dorf näherte, und sie hatten ihre sieben Sachen zusammengepackt, um zu fliehen. Ihre Nachbarn hatten sie ausgelacht, sagte sie, und gemeint, dass Rehat und Tanit ihn problemlos versiegen würden. Auch ihr Mann, Lukas' Vater, den er niemals kennenlernen sollte, hatte sie ausgelacht. Es war Erntezeit, und sie würde die Festigkeiten verpassen. Doch seine Mutter, Miyak-I, hatte recht. Zwei Wochen nach ihrer Flucht aus dem Dorf hörte sie, dass es in der Nacht ausradiert worden war, ohne Überlebende. Rehat und Tanit waren beide gefallen. Der Thronräuber war nicht aufzuhalten. Lukas kam in einen Flüchtlingslager zur Welt und wuchs in verschiedenen Lagern überall in Himmerfeld auf. Seine Freundschaften dauerten immer nur ein paar Tage. Er wusste, dass sie, wenn der Himmel im Westen grühte, packen und nach Osten weiterziehen würden. Wenn es im Süden brannte, zogen sie nach Norden. Endlich, nach zwölf Jahren des Wanderns von Lager zu Lager, hatten sie die Iliak-Bucht überquert, um in die Provinz Hochfelts und die Varunie Dvinen zu gelangen. Dort hatte Mika Miak-El versprochen und gehofft, würden sie ein friedliches, dauerhaftes Heim finden. Es war dort so grün, dass es ihn blendete. Im Gegensatz zu Hammerfeld, das nur zu bestimmten Jahreszeiten und bestimmten Gegnern grün war, gründete Dvinen das ganze Jahr über, bis im Winter der erste Schnee fiel. Zuerst hatte Luka sich davor gefürchtet. Jetzt, wo die Gefahr echt war, schämte er sich deswegen. Doch die roten Wolken des Krieges, der Gestank und die Schmerzen der Flüchtlingslager, waren ihm ja vertraut gewesen. Inzwischen hatte der rote Himmel den Horizont der Bucht erreicht und kam näher, und er sehnte sich nach der Zeit, als das weiße Gestöber ihn zum Weinen gebracht hatte. »Manka«, ruft die Bosmafrau erneut, »Er kommt und er bringt den Tod!« »Niemand kommt«, sagte eine hübsche, junge bretonische Heilerin und alter an die Seite der Frau. »Still jetzt!« »Hallo?«, erklang eine Stimme von oben. Alle im Raum schnappten nach Luft. Ein Bosma hängte die hinfällige Holztruppe hinunter, und sein freundliches Gesicht war ganz offensichtlich nicht das des Kamoradenthronräubers. »Tut mir leid, wenn ich euch erschreckt habe«, sagte er. »Ich habe gehört, dass es hier Heiler geben soll, und ich könnte Hilfe brauchen.« Rosina eilte zu ihm, um sich die Wunden am Brust und Bein des Bosmas anzusehen. Etwas zerzaust, aber immer noch schön, war sie eine der Favoritinnen im Freudenhaus gewesen und hatte ihre Heilkünste neben den Fähigkeiten ihres Gewerbes im Haus die Bellas erlernt. Vorsichtig, aber flink, zog sie ihm den zerrissenen ledernen Brustpanzer, die Kniehose, Beintaschen, Beinschienen und Stiefel aus und legte alles zur Seite, um die Verletzungen zu untersuchen. Der alte Rotwardonenkrieger hob die Kleidung auf und untersuchte sie. »Ihr wart im Krieg?« »Nun, eher darum herum«, sagte der Bosse, war lächelnd, und zuckte unter Rosinas Berührung zusammen. »Dahinter, daneben, davor. Ich heiße Orben Elmlock. Ich bin Kundschafter. Ich versuche, den eigentlichen Gefechten aus dem Weg zu gehen, damit ich zurückkehren und berichten kann, was ich gesehen habe. Eine gute Aufgabe für Leute, die die Farbe ihres eigenen Blutes nicht besonders mögen.« »Was, Hitzim?« sagte der Krieger und schüttete Ordenskant. »Ich kann nicht mehr kämpfen. Doch diese Rüstung kann ich noch reparieren, wenn ihr zurückgehen wollt.« »Ihr seid Lederschmied?« »Nee.« »Nur allgemein handwerklich begabt,« antwortete Hitzim und öffnete einen kleinen Wachsbehälter, um das harte, aber pieksame Leder zu bearbeiten.« »Ich konnte allerdings an eurer Rüstung sehen, dass ihr ein Kundschafter seid. Könnt ihr uns sagen, was ihr herausgefunden habt? Wir sind schon einen halben Tag hier unten und ohne Nachricht von draußen.« »Die gesamte Iliak-Bucht ist Schauplatz einer riesigen Seeschlacht,« sagte Orben und seufzte, als Rosinas Zauber begann, seine zerfetzten, aber oberflächlichen Wunden zu schließen. »Wir haben die Invasion vor der Mündung der Bucht blockiert, aber ich kam von der Küste und das Heer des Feindes marschiert über die frutgarianischen Berge. Dort bin ich in mein kleines Schamitzelgarten.« »Geht doch.« »Es überrascht nicht allzu sehr, dass die Flanke von der Seite her angeführt wird, während die Front mit dem Kampf beschäftigt ist.« »Das ist ein Zug direkt aus Camoran-Kaltlose Kriegskiste, dessen sich nun der Hartkönig bedient.« »Der Hartkönig?« fragte Luca. »Er hatte still zugehört und alles verstanden, bis auf dies.« »Heiman Kamoran, der Kamoran-Thronräuber.« »Heiman Hartkönig. Sie sind ein und derselbe, mein Junge. Er ist ein schwieriger Kerl und braucht mehr als einen Namen.« »Ihr kennt ihn?« fragte Miak-El und trat vor. »Set fast 20 Jahren vor dieser ganzen finsteren, blutigen Geschichte. Ich war Kamoran-Kaltlose Hauptkundschafter und Heiman.« »Heiman war sein Hexer und Berater. Ich habe ihnen beiden geholfen, als sie sich den Kamoran-Thron holten wollten und bei der Eroberung von – Autsch!« Oseina hatte aufgehört, ihn zu heilen. Mit Augen voller Zorn hatte sie ihren Zauber umgekehrt und die geschlossenen, geheilten Wunden öffneten sich wieder. dunklen, entzündeten Kerlen zurück. Sie hielt ihn mit überraschender Kraft nieder, als Orben zurückweichen wollte. »Ihr Dreckskerl!« zischte die heile Kotesane. »Ich habe eine Cousine in Falinesti, eine Priesterin.« »Es geht ihr gut!« jaute Orben. »Fürst Kalturs bestand darauf, dass niemand zu Schaden kommen sollte, der keine Bedrohung darstellt.« »Ich glaube, die Einwohner von Quatsch würden dem nicht unbedingt zustimmen,« sagte Hesim in kalter Stimme. »Das war furchtbar, das Schlimmste, was ich je gesehen habe,« nickte Orben. Kaltlos weinte, als er sah, was Haimon getan hatte. »Mein Herr tat, was er konnte, um ihn in Einheit zu bieten, und flehte den Hartkönig an, nach Valenwald zurückzukehren. Doch der wandte sich gegen Kaltlos, äh, Kaltos, Kaltos, wieso sage ich immer Kaltlos? Da steht Kaltos. Und wir flohen. Wir sind nicht eure Feinde, und wir sind es nie gewesen. Kaltos konnte nichts tun, um das Grauen zu verhindern, das der Thronräuber über den Westen Kolovias und Tamafel gebracht hat. Und er kämpft seit 15 Jahren darum, noch Schlimmeres zu verhindern. Spielt das während der Oblivion-Krise oder davor? Kamoran kommt mir nämlich bekannt vor. Mankar-Kamoran. Ist wahrscheinlich aber nicht der gleiche. Das furchterregende bestialische Brüllen raste erneut durch den Keller und noch lauter als zuvor. Die Verwundeten konnten nur in hilflosem Schrecken aufstehen. »Und was ist das?«, höhnte Miak-El. »Noch ein Trick von Kamoran Kaltos, den der Thronräuber übernommen hat.« »Es ist tatsächlich ein Trick,« schrie Orbe, um das Kreischen zu übertönen. »Es handelt sich um ein Phantom, mit dem er Leute erschreckt. Zu Anfang, als seine Macht noch wuchs, benutzt er Erschrecktaktiken, und nun muss er wieder auf sie zurückgreifen, denn seine Macht schwindet. Deshalb braucht er zwei Jahre, um Valenwald zu erobern, und weitere 13, um Hammerfellwald zu erobern. Ich will euch, Rotwadon, nicht beleidigen, doch es ist nicht allein euer Kampfgeschick, das ihn aufgehalten hat. Er hat nicht mehr die Unterstützung, die er früher von seinem Gebieter bekam. Das widerhallende Brüllen wurde lauter, bevor es erneut erstarb. »Mankar«, stöhnte die Bosmafrau. »Er kommt, und er wird alles vernichten.« »Sein Gebieter?«, fragte Dukar. Doch Orben sah nun die Bosmafrau an, die zusammengerollt auf ihrem blutgetränkten Feldbett lag. »Wer ist das?«, fragte Orben Rosaina. »Nun, eine der Flüchtlinge aus eurem feindlichen kleinen Krieg in Valenwald, bevor ihr und euer Kaltos die Seiten gewechselt habt,« antwortete die Heilerin. »Ich glaube, sie heißt Kales.« »Weit, Jeffrey«, flüsterte Orben, hinkte sich hinüber zum Feldbett der Frau und wischte ihr das Schweiß- und blutverklebte Haar aus dem gleichen Gesicht. »Kales, ich bin's, Orben. Erinnert ihr euch an mich? Wie seid ihr hierhergekommen?« »Hätte euch wehgetan.« »Mankar«, stöhnte Kales. »Das ist alles, was sie von sich gibt,« sagte Rosaina. »Ich weiß nicht, wen sie meint,« Orben runzelte die Stirn. »Nicht den Thronräuber, obwohl sie ihn auch kannte. Sehr gut sogar. Sie war eine seiner Favoritinnen.« »Seine Lieblinge, ihr, Kaltos, sie scheinen sich alle gegen ihn zu wenden,« sagte Miagel. »Und eben darum wird er auch fallen,« antwortete sie ihm. Schritte von gepanzerten Stiefeln waren über der Decke zu hören, und die Kellertisch sprang auf. Es war der Hauptmann von Baron Othrocks Schlosswache. »Die Docks brennen!« »Wenn ihr nicht sterben wollt, müsst ihr zur Flucht im Schloss Wichtmoor suchen.« »Wir brauchen Hilfe!«, riech Rosaina zurück, doch sie wusste, dass die Wachen für die Verteidigung benötigt wurden, nicht um Kranken in Sicherheit zu bringen. Mit der Hilfe von zehn Wachen, die abgestellt werden konnten und derjenigen Verwundeten, die noch am kräftigsten waren, leerte sich der Keller, während sich die Straßen von Dwinnen mit Rauch füllten und ein feuriges Chaos sich verbreitete. Es war ein einzelner Feuerball gewesen, auf See abgeschossen und fehlgeleitet, der die Docks getroffen hatte, doch die Schaden würden schrecklich sein. Einige Stunden später konnten die Heiler im Hof des mächtigen Schlosses die Feldbetten aufstellen und erneut beginnen, sich um die Leiden der Unschuldigen zu kümmern. Die erste Person, die Rosaina fand, war Orban Elmlock. Selbst mit seinen neu aufgebrochenen Wunden hatte er geholfen, zwei Patienten ins Schloss zu tragen. Es tut mir leid, sagte sie, als sie ihre heilenden Hände auf seine Wunden drückte. Ich bin in Wut geraten. Ich habe vergessen, dass ich eine Heilerin bin. Wo ist Kales? fragte Dorben. Ist sie nicht hier? sagte Rosaina und sah sich um. Sie muss fortgerannt sein. Fortgerannt? Aber war sie denn nicht verwundet? Es war zwar keine gesunde Situation, doch junge Mütter tun manchmal die seltsamsten Dinge, wenn alles vorbei ist. Sie war schwanger? Orban schnappte nach Luft. Ja, die Geburt war letzten Endes doch nicht so schwer. Sie hielt den Jungen im Arm, als ich sie zuletzt sah. Sie sagte, sie hätte es allein geschafft. Sie war schwanger, murmelte Orban erneut. Die Geliebte des Kamoran-Thronräubers war schwanger. Im Schloss verbreitete sich rasch die Neuigkeit, dass die Schlacht, und noch besser, dass der Krieg vorbei war. Heimon Kamorans Streitkräfte waren auf See wie auch in den Bergen geschlagen worden. Der Hartkönig war tot. Luca betrachtete von den Zinnen aus die dunklen Walder, die dünnen Umgaben. Er hatte von Kales gehört und er stellte sich vor, als wie die verzweifelte Frau mit ihrem neugeborenen Baby in Arm in die Wildnis floh. Kales würde keinen Ort haben, an dem sie gehen konnte. Niemanden, der sie beschützte. Sie und ihr Baby würden Flüchtlinge sein. So wie Miak El und er es gewesen waren. Als er zurückdachte, erinnerte er sich an ihre Worte. Er kommt. Er kommt und er bringt den Tod. Er wird alles vernichten. Luca erinnerte sich an ihre Augen. Sie war krank gewesen, doch nicht ängstlich. Wer war dieser Ehr, der kommen würde, wenn der Kamoran-Thronräuber tot war? Hat sie sonst nichts gesagt? Fragte Orban. Doch, sie hat mir den Namen des Babys genannt, antwortete Rosaina. Mankar. Das war ja eine lustige Vorgeschichte von Mankar Kamoran. Aber warum liegt das Buch hier? Das war lang, ne? Das war echt lang. Spannend geschrieben, muss ich sagen. Und? Schwer einzuordnen, geschichtlich. Für mich zumindest. Also ich wusste oft nicht, wo das jetzt spielen sollte. Vor der Oblivion-Krise. Und das war, das Baby war Mankar Kamoran am Ende. Wenn man Mankar Kamoran nicht kennt, sollte Oblivion spielen. Er ist ein großes Arschloch. Komisch, dass die sich hier alle selbst getötet haben. Ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Da steige ich nicht hinter. Wieso? Ja, ist egal. Komm. Scheiß drauf. Wenn sie sich alle gegenseitigst töten wollen, dann... Ja, dann ist das halt so. Kein nix machen. So, jetzt haben wir gelernt. Raserei. Der Name ist Programm. Ich hab gedacht, da wäre ein Hebel. Ich glaube, ich muss immer die Bücher, die Wolfskönigin lesen oder sowas. Weil die wollten sie ja irgendwie wiederbeleben, die pro Thema. Ich hab die vor langer, langer Zeit mal gelesen, aber... Ich glaube, in Ares Girls Online hab ich die auch gelesen, aber nicht alle. Ich glaube, das sind auch mehrere Bände. Alter, ruckelt das hier. Das ist mal ein Stillsturm. Gut, gar nicht so sehr. Wo ist denn die Tante? Hallo? Tante? Die war doch hier. Achter. Ah. Ich seh kaum was. Vielleicht doch mit Fackel? Ne, bringt gar nix. Hm, toll. Also, als nächstes geht's in die Kiefernmondhöhle. Was ist das hier? Fest und Krax da. Achso, die hab ich auf der Karte gesehen, ne? Die Kiefernmondhöhle und dann... ...in die Energiequelle in Volkskriegelt. Die muss ich auch suchen. Okay. Ich mach mal ganz kurz nochmal. Okay. Hm, 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 okay. Ich seh hier kaum was, ey. Ich wette, das geht voll auf die Kompression auf YouTube. Diese ganzen Schneeflocken. So, irgendwann müssen... Ich hab jetzt keine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig reite, ne? Das, äh... Hm. Okay, wenigstens ist jetzt der Schneesturm nach. Höhle des verlorenen Echos entdeckt. Äh, was ist das hier schon? Ach, Schlo-Mäte und Keiserliche. Ja, ja. Das ist jetzt aber nicht der Ort, an den ich wollte. Aber das geht auch so. Da! Ach, ne, Güte, die Kamera. Ich könnte jetzt theoretisch einfach querfelde einreiten und dann... Jo. Die sind aber nicht im Kampf. Äh. Was?